Hi zusammen, ich bin Sarah und CEO von OneMonth 2020. Das CEO von OneMonth-Programm ist eine total tolle Sache, weil es gibt die Möglichkeit, junge Menschen ein Unternehmen wie die ADECO-Gruppe kennenzulernen und hautnah die Arbeit von einem CEO mitzuerleben. Die Zeit, die ich mit Monika verbracht habe, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Man hat viel mit verschiedenen Departments zu tun, mit verschiedenen Menschen. Man bekommt Einblicke in jeden Bereich. Wirklich sehr, sehr aufregend. Da habe ich gewonnen. Da war ich überglücklich, konnte es immer noch nicht glauben. Das hier war auf dem Weg nach Wien. Da hatten wir drei Stunden die Maske zusammen an. Das ist mit unseren Partnern bei LHH. Das hier ist mit Cynthia Hansen zusammen. Da war ich gerade einen Tag im Headquarter. Das Headquarter ist unglaublich schön, direkt beim See. Die Mitarbeiter bei der ADECO sind wirklich einzigartig. Es hat sich angefühlt wie eine große Familie. Und das Schöne war, dass alle wirklich sehr leidenschaftlich waren über das, was sie machen. Die Kandidaten, die nächstes Mal für CEO von One Man sich bewerben, sollten extrem viel Kreativität mitbringen. Sie sollten schnell denken. Sie sollten empathisch sein, sehr wichtig. Und einfach Lust auf etwas Neues haben. Die Kandidaten, die äthinnelungen sind heute schon mal. Die Kandidaten, die Kilometer, die mit Kamerана nach den größeren Kandidaten, Die Kandidaten werden auch bei der Untertitelung gefolgt.